Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Walking Dead. Letztes Mal am Ende der Folge hat Kenny uns Duck genannt. Und wir wissen ja noch, Duck war sein Sohn. Und was wir Luke und Nick jetzt hier erzählen werden, das sehen wir jetzt. Kenny? Kenny verteidigt sich nicht oder sagt nichts dazu, okay? Okay. Und du schraubst die Schrauben. Was sagst du? Willst du mir helfen? Alles wird nicht gut sein. Du glaubst wirklich, dass alle einfach nur zusammenkommen? Sie sagen, dass der Welt vorbei ist. Aber ich werde dir ein Geheimnis. Es ist nicht. Die Leute sind jetzt mehr politiker als sie früher waren. In der Ende, wir können nicht ändern. All wir können machen ist, dass wir uns immer wieder lernen können. Wir empfehlen und nutzen unsere Hände. All war ist ein Symptom der Menschheit als ein Wander zu denken. Steinbeck. Hast du ihn? Wir haben viel Zeit, um dich aufzunehmen. Mein Partner, Matthew, ist amassing die Literatur. Ich denke, du magst ihn. In jedem Fall, der Punkt ist, solange wir unsere Wissen über uns haben, wir können immer die richtige Wahl machen. Right? Hmm. Es ist niemals so einfach. Was ist das, Clementine? Ist es etwas, was du mir sagen willst? Gute Frage. Du kannst mit mir sprechen, Clem. Es gibt fast nichts, was du mir sagen kannst, das würde mich überraschern. Ich kann dir das sagen. Ich bin nur über die Leute, die uns aufhören. Du bist jetzt sicher. Ich bin nur überraschend. Matthew wird bald wieder zurück. Und alles wird gut. Hey, Kinder. Was haben Sie zwei gesprochen? Oh, politik. Was das? Ich bin aus Florida. Ich bin aus Florida. Ich denke, du wirst alles über politik, Kenny. Man, ich weiß nur, dass ein Vorteil in der Apokalypse ist, dass ich das nicht mehr mit dem, was. Das ist... Das ist... Ist das nicht... Ist das nicht... Bonnie... Boah. 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 Okay. Ich will das nur mal ganz kurz sagen. Das ist Bonnie von 400 Days. So ist es also scheinbar ein bisschen connected. Ah, okay. Ich möchte aber nicht unterbrechen. Wie viel kann diese poor Frau machen? Checker für Weapons. Ja. Danke. Aber das Worm wird uns bald wieder zurückgekommen. Und ich muss zurückkommen. Ich bringe etwas zu dir, dann. Du musst nicht das tun. Nein, nein. Es ist okay. Was für deine Leute? Wir haben viel. Du bleiben auf. Ich werde wieder zurück. Ich habe eine kleine Frau wie du. Was? Wie alt bist du, Sweetie? Das spielt nicht so lange. Moment. 400 Days sind... Lass mich mit dem... Lass nur ganz kurz durchrechnen, weil ich möchte das jetzt wohl kurz wissen, ob sie wirklich ein Kind haben kann. Ich meine, 400 Days sind circa ein Jahr. Und das spielt... Gut, es spielt fast zweieinhalb Jahre. Rein theoretisch könnte sie ein Kind haben, aber das wäre inzwischen ein Baby noch. Ich bin 11 Jahre alt. Ich bin 11 Jahre alt. Ich würde mich älteren. Hier bist du, Frau. Hier bist du, Frau. Das ist zu viel. Ich weiß nicht, wie Sie zu bedanken. Ich weiß nicht, wie Sie zu bedanken. Einfach zu bedanken. Ich werde jetzt gehen. Du bleibst sicher. Du auch. Ich kann mir schon denken, worüber das ist. Dieses Gespräch. Ich... Was ist denn jetzt los? Oh... Was werden wir tun? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, Walter weiß es noch. Also wir müssen das quieten halten. Ich meine, wer weiß, was er in Ordnung würde, wenn er herausfinden würde. Ich habe eine gute Idee. Wir lassen ihn Nick umbringen. Dann haben wir einen weniger, der deppert ist. Und wir haben vor allen Dingen einen weniger, der mehr im Sack geht. Und dann hat er Revenge. Und dann können wir alle glücklich zusammen hier in dieser halbwegs sicheren Lodge wohnen. Ist das keine gute Idee? Ist wahrscheinlich keine Option, aber ich würde es so machen. Ja. Ja. Jetzt. Jetzt. Du hast noch den Knife? Weil wenn es Matthews und Walter sieht, er wird zwei und zwei zusammen. Es ist mit den anderen Weaponsen. Okay. Geh raus. Dann holen ich Walter. Dann holen ich Walter. Oh. Und... Keep an eye out für Nick. Ich bin hier. Was ist das? Oh... Es ist nichts. Ich wollte nur schauen, ob du okay bist. Du kommst mir in? Ja, ja. Ja, oder so. Luke? Hey, wenn es etwas passiert ist, ich will wissen. Nein. Geh zurück, Nick. Ich bin ernsthaft. Du kannst mit mir reden. Ich weiß. Was? Du glaubst mir jetzt nicht? Ich habe es abgefuckt. Oh, Jesus. Oh, Gott. Gott, Gott. Hey, Nick, shut the fuck up. Ich kann nicht, man. Ich kann nicht. Do not fucking blow it blow it it's over I have to tell him Luke what no UK Nick you cannot do that are you fucking nuts I gotta I can't live with that on me okay I hear you but I mean fuck man do you know what he's gonna do you don't know he'll do anything either way is risky exactly Jesus I can't handle this look Clem just go do that thing all right oh it's gone oh yeah he weiß es oder er ahnts zumindest scheiße Walter I always liked this knife gave it to Matthew when all this started I know he's dead who did it was it that that kid what's his name uh Nick heard him talking earlier something about shooting a man I could see I could see it on his face wasn't sure that but now I I think that's the best it was it was us it was our fault when we irgendwas bereinigen wollen is that the only way I am I don't feel good Nick shot him is Nick a good man or is he just like everyone else is he just one of those uh those fuckers don't give a shit about anyone but themselves into the house weiter das ist jetzt das ist deutlich schwerer ist es gerade ich habe keine ahnung ich weiß nicht ob ich Nick verteidigen soll ich sag vielleicht gar nichts auch bitte sagt das war nicht falsch zum mindest oh shit Er war immer weg, alleine. Ich sagte ihm, dass das so passieren würde, aber er hörte nicht. Oh, Matt immer wusste. Was ist passiert? Du musst rauskommen. Diese Welt ist hell. Menschen wie Matthew nicht zurückkommen. Das ist es. Und jetzt ist er weg. Was hast du gemacht? Hast du ihn verletzt? Hast du ihn verletzt, Matthew? Okay, gutes Zeichen. Okay, gutes Zeichen. Was ist jetzt los? Guns? Das Ding ist eine verdammt DINNER BELT! Was war das? Ja, das Ding funktioniert nicht mehr, deswegen ist Strom aus, oder? Ja. Was mit dem Feuerzeug? Okay. Ach so, wir sollen erst mal Licht machen, okay. Das. Und das sind die Notfallknopfe. Oder? Ja, jetzt ist zumindest mal aus. Immerhin. Und da kommen sie. Wir haben nicht viel Ammünition. Wir müssen zurück nach der Lodge. Sie sind hinter uns! Äh, stirb, so. Oh, verdammt. Oh. Riff. Okay. Ja, du bist mir ein bisschen nahe. So, jetzt ihr beiden. Okay, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ganz schlecht. Danke, Carlos. Nein. Oh, Gott sei Dank. Einfach außen rum. Oh. Halt. Halt mit dir. Halt mit dir. Oh. Stirn. Ja, das hat ein bisschen mehr Rückstoß als eine Pistole. Ja, das Ding. Besser. Das andere müssen wir noch nachladen. Oh, nicht stirn. Genau. Wunderbar. Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Gott, hätten wir Nick doch verteidigen müssen. Oh, verdammt. Wo ist Nick? Ich weiß nicht. Du hast ihn nicht gesehen? Clem. Walker hat ihn. Clem, geh rein! Den hier zu beschuldigen, hilft er auch keinem mehr. Clementine, are you okay? What the hell? Oh, die ist in Kava Scoop. Howdy, folks. Where's Rebecca? Carver. Oh, da... Ah, jetzt verstehe ich erst. Carver ist der Vater von Rebeccas Kind. Gott, ihr habt das wahrscheinlich schon längst draußen, aber... Deine gute Idee. Deine gute Idee. Inside. It's you. Keep moving. Look at this place. You believe this fucking place, Bonnie? Power and everything. A lot of windows, though. It's fucking huge. Bill's gonna hate it. Now, the rest of them could be anywhere. Man, how the fuck are we gonna cover these guys and look for them, too? Johnny, cover that window. Wie kommen wir da noch aus? Oh, shit. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Listen. I'm only gonna ask you once. Where's Rebecca? Sarah. Look at me. It's gonna be okay. Oh, nee. Oh, nee. Our baby deserves to be raised in a place of safety. I know you're out there. Alvin, Luke, and the girl. This is real simple. You want this over quick. You all play nice. Enjoy your faces. My dad, please. He'll kill him. No, Alvin. We gotta go down there. I can't do that. Beck, the baby. You need a doctor. No. Where's Luke and Kenny? How the hell am I supposed to know? We have to help Carlos. Only way to help him is to do what the man says. What about Luke and Kenny? Look at those guns. If he starts shooting, people are gonna die on both sides. Yes! Clint can sneak out. Find Luke. What the hell is she gonna do? And you heard him. Carver knows she's with us. Just stop. Don't hurt my dad, please. We're going down there. He'll kill you. Fuck you. Shoot him! Somebody just shoot him! Clem, go get help. He'll kill him, Beck. He'll do it anyway. You don't know that. Say goodbye, Carlos. Don't look, Swizzy. Don't look. He's gonna kill him. Rebecca, we have to give up. Fuck you. Ich möchte nicht, dass Carlos stirbt. Bill, stop! So, nur sie. Ah. Gott sei Dank. Okay, wir alle. Oh, gut. You all right? Fuck you, Bill. Oh. Clem, can you reach my hands? Everything under control? Clem. Let's just get our people home, all right? I'll try. Oh. Kenny. Don't move. He, er schaltet sie aus. I can't see him. Watch them. Oh. What? Einfach so? No. Please, stop! That's for our man. Now, I didn't want to do this. But you ain't leaving me much choice. So, here's what's gonna happen. I'm gonna march another one of your friends out here, and I'm gonna put a bullet in the back of their head. Oh! Or you can give up now. Your choice. Hi, Alvin. You motherfucker. Alvin! Bill, no! Tell him to stop! Kenny, stop! You remember George, Alvin? You see, I do. I remember a guy that was your friend named George. I remember when you murdered him in cold blood. And why? Because you didn't like me? You could have lodged a complaint. You could have... You could have been civil. Bill, no! We'll do whatever you want! I love you, Beck. Bill, please! Okay, it's not working. Yeah, fuck you! Who should I remember? Who should I remember? This miese Schwein. We can do this all night. Is that what you want? Na, gut, sie geben auf Scheibenkleister. Where's Luke? Finally cut and run, huh? Why am I not surprised? I warned you. I warned you not to follow him. Look where he's led you. But you're safe now. We're going home. As a family. All right, round him up. We're heading back to camp. Hmm. Ich hab das übrigens mit klem... Oh! Das nächste Mal schon, okay. Ich bin jetzt aber mal gespannt, wo der uns hinbringt. I don't know if we could have saved Walt, but I know one of us didn't just give up. Yeah, I know. The folks are sore over what happened. But let's remember, these are our brothers and sisters, and they all have a vital role to play in this community. They strayed from the flock, yeah. That don't mean they can't earn their way back into the fold. That don't mean we can't find it in our hearts to forgive them. No one full well. Those who choose not to accept our love. Surely wish that they had. The storm is on the way. Das ist ja mal ne Aussicht. Das mit Clem hab ich übrigens gemacht, weil ich ganz genau weiß, dass Clementine in dieser Season nicht sterben kann. Und das ist ein bisschen blöd, dass ich das weiß, dass sie nicht am Ende sterben kann, weil in Season 3 ist Clem wieder der Hauptcharakter. Von daher. Ja, gut. Also, unsere Entscheidungen. Übrigens, dann tut mir leid, dieser eine Cut in dem Dialog von Carver. Aber ich hab die Folge da beendet. Und ja, sorry, falls das ein bisschen seltsam angemutet hat. Gut. Also, für Sarahs Foto die Schuld auf sich genommen. Circa die Hälfte haben. So, und scheinbar war wieder alles in etwa halbe, halbe. Bei wem hast du das abendessen verbracht? 64 Prozent. Und das ist das am meisten von der Mitte hier aufs Geschlagene. 64 Prozent sind bei Kenny gesessen. Okay. Hast du Walter die Wahrheit über Matthew erzählt? 56 Prozent haben ihm die Wahrheit erzählt. Ich denke, das war in meinem Sinne. Nicks Schicksal. Du und 43 Prozent haben Walter sich entscheiden lassen. Ja, und er ist gestorben. Aber gut. Man könnte es jetzt so sehen, und ich entscheide mich jetzt einfach, das so zu sehen, dass Nick dadurch bei seinem Onkel und seiner Mutter ist. Ja. Meine Interpretation, dass die Familie jetzt im Himmel wieder Feind ist, aber leckt mich. Meine, meine Opinion genau, denklisch wieder. Mein Gehirn bestimmt dieses Spiel, also dieses Durchlauf, natürlich nicht das Spiel selber, aber von daher ist es meine Ansicht und ich bin nicht so besonders traurig darüber. Gut. Weil ich meine, Nick hat ein bisschen selbst abgefuckt und außerdem mit meiner Interpretation von gerade, ich hoffe, ihr könnt es auch in etwa so interpretieren, dann ist das Ganze gleich gar nicht mal so schlimm. Gut. Left to find Kenny. Okay, wir hätten auch einfach Kenny und Luke suchen können. Ja, stimmt. 56% sind bei Carlos, beziehungsweise sind geblieben und haben Carlos geholfen. Ja, Carlos hat es überlebt, Alvin hat es überlebt, der einzige, der in dieser Folge gestorben ist, ist Nick. Ah, nee, Walter ist auch gestorben, aber gut. Ja, gut, dann würde ich sagen, das war Episode 2, ein gespaltenes Haus. Und wie es beim nächsten Mal in Episode 3 weitergeht, wo Carver uns dann in seine Gruppe einführen will, ja, das sehen wir dann später bei einem anderen, nicht bei einem anderen Let's Play, sondern bei der nächsten Episode halt in ein paar Tagen. Bis dahin sage ich, Tschüss Leute.